Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Megacraft, wieder mit dem Velozocker-LP, aka Felix. Und schreibt in den Kommentaren, was ihr schätzt, wie alt ist er? Ja. Du, nicht sagen? Ich weiß. Weil, es gibt halt so Sachen, wir wollen halt eigentlich keine Team haben, die zu jung sind. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob man bei jedem hört, wie alt er ist. Deswegen frage ich mal, was sie schätzen. Also, ich fände es witzig. Vielleicht schätzte ich ja 20. Ne. Nun, wahrscheinlich. Also, ich glaube, dieses Marvel-Vorkommen ist bald wegen mir auch weg. Könnte das sein? So, ich komme sofort wieder. Ich muss mal eben... Dieses Portal setze ich aber auch einen höher. Damit man hier schon durchspringen muss. So. Und dieses hier auch ein höher. Ich hole mal eben fackeln. Damit man auch was sieht. Ich habe 118 Torches. Wow. Also fackeln. Kriege ich ein paar. Kannst du nachher kriegen. Oh, meine. Ja, komm, brauchst du doch gerade erst mal noch keins. Wir bauen ja erst mal hier zusammen ab. Wie voll bist du schon? Also, ich habe fast zwei Stacks. Soll ich mal gucken, wie viel ich habe? Ich glaube, ich habe... Ich habe auch fast zwei Stacks. Also, ich habe... Vorteil ist, mein Inventar ist so gut wie kaum voll, weil das Ganze im Rucksack geht. Ich habe über zwei Stacks. Und wir müssen uns noch mal überlegen, was du als Start-Equipment kriegst. Oder reicht dir das, was du bekommen hast? Das reicht mir also so. Gut. Weil zum Beispiel... Da habe ich eine Nachricht programmiert. Mach das am besten für die Aufnahmen immer leise. Nur so. Ja, das... Und falls du so... Äh, läuft... Ich zeig dir gleich mal was schadzend. Die erschiet sich mir gleich mal kurz und tu die dann aber wieder weg. Ja, Schatz, das weiß ich. Das ist so zum Zauberung, glaube ich. Ja, aber auch wie die aussehen, die Erz... Also, Erz... Also, Erz... Also, Erz... Also, Erz... Achso, die Erz... Ich glaube, das weiß ich noch vom normalen 4D-Bist-Ultimate. Achso, das hast du auch schon gespielt? Ja, klar. Das... Ist das erste, wo ich gespielt habe. Brauch mal eben ab. Ah ja, okay. Ich hab schon über 3 Stacks. Ja, mach einfach weiter. Immer weiter. So, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal die Decke einhören. Oh, mein hässliches Moospet, Alter. Ja, ich krieg wahrscheinlich auch bald ein neues Moospet. Ich brauch auch ein neues, weil da ist so Stoff drauf. Ich tue es jetzt einfach mal weg, weil ich kann ja ein gutes... Ich kann ja ein gutes empfehlen. Ja. Äh, brauchst du auch vielleicht eine neue Maus? Ne, Maus. Also, so eine Leuchten kriege ich zum Beispiel. Also, ich hab so eine Auto-Maus. Also, die sieht auch aus wie so ein Auto. Okay. Die ist vom EWK. Mach keine Werbung in meinen Folgen, bitte. So, äh, mal gucken. Also, ich hab jetzt circa 4 Stacks. Äh, ja. Ich brauch noch... Ich kann jetzt halt nur mal nicht genau sagen, weil ich grad... halt nur, guck, wie viel Ports von... also Slots von meinem Bergarbeiterrucksack voll sind. So, und wir haben schon 4 Minuten rum. Oh. Aber ist doch egal. Und vor allem, ich hab gesagt, äh, letzter Farming... Und ich hab Saphira gefunden. Äh, ich hab Eisen gefunden. Kannst du einfach abbauen. Ja, und... War nur eins. Ähm, und guck mal, ich hab, ähm, Bernstein gefunden. Jo, das ist gut. Soll ich es abbauen oder machst du? Kannst du machen. Oh, ich weiß sogar, was es ist, ey. Oh, voll brauhaft. Ich zum Beispiel nicht. Welchen meinst du denn? Zeig mal, wie der aussieht. Nee, Amber ist das. Ach, Amber. Weiß ich auch nicht, was man machen muss. Ich weiß nur, dass ich es irgendwie gebrauchen kann anscheinend. Ja. Oh, ich hol mir mein Mauspad wieder, weil das... Ich schwitz schon, weil ich jetzt einfach schon, ich glaub, 2, 3 Stunden aufnehme. Oh, ja, das... Und vor allem, ich hab währenddessen zwar auch noch 2, 3 Stunden gerendert. Nein, währenddessen vor allem... Äh, ich hab, glaub ich, heute generell 1, 1,5 Stunden gerendert. Guck mal, inwieweit mein Upload ist. Mein Upload ist fertig. Dann kann ich den schon mal schließen, den Tab. So. Und ja. So, wie viel hast du? Äh, ich hab 4 Stacks und 10. 5. Ich hab... Also, ich hab 4... Nee, Moment. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Upload... Also, ich hab 5 Stacks und 22. Würde ich sagen, machen wir jetzt noch einmal komplett bis auf 64 voll. Weil das müsste auch für die nächsten paar Folgen reichen, glaub ich. Ja, oh, du, was ist da unten? Das ist Silver, glaub ich, oder 10, wie auch mal. So, hier unten ist noch Zinn, wie auch mal. Oh, oh. Tick, wo ist das? Äh, kommst du runter? Warte, ich mach grad noch was. Warte, warte, bleib mal eben am besten doch noch oben. Ich guck mal eben, ich hab noch ein bisschen Kabel dabei. Weil es, äh, ich weiß nicht, das war ja, glaub ich, erste oder zweite Folge, wo wir hier waren. So, kannst runterkommen, hier unten. Warte, ich spau hier. Auf jeden Fall hier, das ist halt die erste Höhle gewesen, wo wir drin waren. Beziehungsweise das ist sogar die Spalte. Da ist sogar noch Eisen und Kopper, aber das können wir ja nachher holen. Das ist einfach eine zweite Folge. Ja, die kam auf jeden Fall schon in die Folge. So, kannst du durchspringen. Bin ich schon. Oh, so, mal. So, dann würde ich sagen, komm mal her. Oh, Alter. Äh, tu mal das ganze Marble ins ME-System, bitte. Auch fünf Cobblestone, oder? Ja, tu einfach mal alles, was du nicht brauchst da rein. Weil, guck mal. Ich tu gleich, du siehst das ja, jetzt steht oben. Marble Bricks. Genau, jetzt steht oben noch 290, oder? Ja, jetzt 3. Ja, 400. Hast du alles rein? Ja, ich hab schon alles rein. Und guck mal, jetzt, so geht das nämlich direkt runter. Und jetzt habe ich einiges Stacks davon, von den Bricks. Ähm, weißt du, wie ich das hier gebaut hab? Kannst du ja sehen, ähm, mach hier nochmal die Wand, so wie ich das gemacht hab, so dass wir hier gleich weiter runterbauen können. Ähm. Das heißt, dass man hier dann, so dass man die Mauer hier gleich durchziehen kann. Bestieße? Also einfach so dahinter noch ein bisschen runter. Genau ein runter, weil, da können wir hier gleich die Wand schon mal bauen. Ach, äh, so. Also, mach ich so was schon mal. Wir schraubt jetzt erstmal die oberen zwei und dann die unteren. So, ich muss mal eben hier Strom kappen. Ist ja nicht schlimm. Ist ja eh mein Strom. Ach, und guck mal, ich bin hier unten schon im Technikraum, theoretisch. Ist richtig geil, oh. Hm. So. Ich muss nur auffassen, weil, stell' vor, ich zünde bei mir jetzt ne Nuke. Weißt du, was das für alle bedeuten wird? Ja. Kein Strom. Kein ME-System mehr, die ganzen Items werden futsch. Stimmt. Heißt, würde ich jetzt ausrasten, so wie Dena? Dann wär alles weg. Ich glaub, dann wär das Projekt aber auch beendet. Weil bei Dena war ja nur, äh, der Stadt, die Stadt und, äh, Gommers Grundstück großartig betroffen. Äh. War ja nicht mehr. Das ist es halt. So, dass ich, das Baumhaus war auch noch ein bisschen. Ja, da haben wir sehr wahrscheinlich auch einen, der Baumhaus-Typ ist. War bei, ähm, ich hab ja das erstmal am Anfang, also bevor der Server mit 150.000 Nux gesprengt worden ist, der andere, also dieser Megaprojekt-Server, äh, hieß das ja Megaprojekt. Und da war auch einer drin, der hat wirklich baum, wollte Baumhäuser bauen. So. Baumhäuser sind aber auch cool. So. Äh, soll ich gleich erstmal die Baumstämme machen und du machst dann, ähm, das Marble, also die Marble Bricks? Ja, also ich kann eine Wand reinziehen. Also ich tue schon mal ein paar Marble Bricks ins System. Ja, mach das. Und es hat kurz gespackt. Gut, weil dann kann ich hier schon mal eben das Holz machen. Spielst du eigentlich mit Gamer-PC, oder? Ja, gut, ich auch. Ein zehnjähriger Junge mit Gamer-PC. Jetzt hast du aber verraten, wie alt ich bin. LOL! Ich hab grad den anderen Baum mit abgebaut, guck mal, wir haben ja Treecapulator drauf. Der andere Baum war mit betroffen. Gib mal kurz bitte deine Axt. Werf mal hin. Oh, scheiße, das geht ja mit, mit Kuh. Alter, damit hat das jetzt echt nicht gerechnet. Oh, mein Mauspad, Alter. Ja. Das verrutscht die ganze Zeit. Ach, du Scheiße. Das hättest du grad mal sehen müssen, wie der Baum hier runterkam komplett. Ja, dem Letzt hab ich, ähm, irgendwas gespielt, und da war auch die... Ah, da hab ich Hexit gezockt, und da war auch die... Oh, Hexit ist geil. Ja, dieser Mod, der da drin ist, ist ja hier auch drauf. Genau der gleiche. Timmer-Mod. Nee, das ist, der heißt Treecapulator. Der Timmer-Mod ist noch was anderes. Da gibt's sogar einen, wenn du da Shift und auf den Boden drückst, tust du den kompletten Boden in bestimmten Radius abbauen. Nice. Der ist zum Beispiel in, ähm, dieses Mod-Pack gibt's für den AT-Launcher. Äh, das Mod-Pack heißt, äh, wie hieß es jetzt noch gleich? Nein. Scheiße. Äh, Mad-Pack war's. Let's Play Mad-Pack, genau. Ey. Aber das ist echt das schlimmste Mod, also nicht das schlimmste im Sinne von... ...das ist das härteste Mod-Pack, was du spielen kannst. Finde ich jetzt zumindest. Aber weißt du, wie ich mich grad erschrocken hab, weil... ...der ganze Baum abgegangen ist? Wir haben jetzt ein paar weniger Saplings. Also mir fehlt jetzt genau ein Sapling. Um so'n großen nochmal zu machen, so'n großen Baum. Oder ich hab noch einen M-E-System, das glaub ich auch, sieht der voll. Äh, holst du dir die Marble-Brix schon mal aus dem System? Hab ich gemacht. Ja, dann mach mal hier zwischen... Alter, schon wieder ne Nachricht aufs Freitag. Oder, äh, X-Technix HD. Mit dem waren wir grad auch in der Konfi, weil ich wurde genau im gleichen Moment auch angeschrieben. Vielleicht kommt er gleich wieder rein. Oder er ist schon drin, glaub ich, oder? Ja. Oder? Bist du da? Jo, la, X-Technix ist drin. Den hört man erstens. Der könnte sich ja auch ein bisschen muten. Entschuldigung. Musste sein. So, wie findest du das? Haust du? Ja, gut. Ähm, und wir haben nur noch vier Minuten. Dreieinhalb. Äh, ich hab Timer, das weißt du. Achso, das stimmt. Drei Minuten, 15 Sekunden, genau. Ach man, das ist irgendwie ungewohnt, dass ich mit einem Spiel den Timer hat. Ja, sonst, ich hab schon mal eine Folge, das war meine... Vor vier Jahren, wo ich, äh, mit YouTube wirklich mal angefangen hab. Da hab ich, ähm, meine erste Folge, hab ich gedacht, ja, ist so 20 Minuten lang. Ja, man kann's raten, wie lang die war. Halbe Stunde. Also, kommst du immer noch nicht mit aus. Dreiviertelstunde oder länger. Alter. Ich weiß, wie heftig das war. Und vor allem, ich konnte ja früher, äh, man muss ja, um längere Parts als 15 Minuten hochzuladen, muss man ja damit ein Handy verbinden. Und deswegen konnte ich die Folge nie veröffentlichen, deswegen, ja, kennt niemand diesen Kanal. Und ja, so mach du mal, genau. So. Also, ich hab noch eins, zwei, drei, vier, viereinhalb Stacks. Was kommt hier raus? Ich glaub, ich bekomm irgendwelche Schatz daraus. Hier, äh, kannst du die mal mit abbauen? Ja. Ich, ich, ich guck mal, was das ist. Ähm, das ist... Das sind Apleis. Das sind Apleis. 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 Ich weiß nicht, wofür die sind, aber Bauen wir mal ab, ist ja in meinem Haus. Ja. Ach, darf ich dir gleich mal zeigen, was die Turtle macht? Ähm, ja, Bauen. Man kann das einstellen, wie in welchem Radius. Genau. Ähm, ich, ich hab im letzten Teil aber nur den Tunnel-Befehl benutzt, weil ich den anderen Befehl nicht weiß, also damit die das macht, was eine Query macht. Und dafür hab ich mir jetzt das, äh, von Skate702 das Programm runtergeladen, was er benutzt. Und, ja, es wird wahrscheinlich in der nächsten Folge oder irgendwann dabei sein. Also auf jeden Fall nach dieser Aufnahmesession. Und ich gucke mal in was nach, wir haben nämlich noch knapp eine Minute. Ähm, machen wir hier nach noch eine Folge? Ja, ich glaube. Von mir aus auch zwei, also. Ja, muss man mal gucken. Ich würde sagen, wir machen hier aber mal im Cut. Und wir sagen bis zum nächsten Mal und tschüss mit V. Ciao.